Ich habe mich tatsächlich 999 Tage in Folge in Minecraft angemeldet, erstmal bei der Ami selber, aber ich kriege jetzt 150.000 Laby Coins, wuhuuu. Let's gooo. Okay, ich dachte, das aktualisiert sich direkt. Neuladen, damn. Ich bin einfach reich durch Laby Mod, man. Also, kommt in die Gruppe, ich mache euch alle zum Millionär, okay?